Okay, es gibt eine Facebook-Gruppe, es heißt YouG2Bridge. Es gibt monatliche Kompetition mit Themen. Und dieses Monat, das Thema ist Alleinheit. Und heute, ich habe es gefilmt für die Kompetition. Es ist ein Lied, ich habe im Februar geschrieben. Es war Valentinstag und es war das erste Mal in vier Jahren. Ich war nicht in Einbeziehung und ich habe meine Gefühle geschrieben. Es heißt The Lonely Valentine. A day for joy and lovers, feeling warm like summertime. Spirred a thought for me, that lonely Valentine. No energy to keep tidy, bed remains unmaid. Grease is in place like my unshaven face. Don't want to see the light of day. As the world goes out dancing, I germinate to one side. Spirred a thought for me, that lonely Valentine. Another year of reflection. Analyze what it tracks. How a woman sees my inadequacies. No matter how I doubt. I wish that I could be charming. I know I'm not a not pleasing to the eye. I'm not pleasing to the eye. I'm just standing here. I'm just standing here. It's that lonely Valentine. Another solitary morning. As I make the bed on both sides. Day one sets in as the journey begins. To start off the rest of my life. I walk into my clothes for me. hoping someday there'll come a time. I'll no longer be that lonely Valentine. Dankeschön, ich bin Mark Gallagher. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hey guys, I just wanted to say a massive thank you for watching the video. Especially a massive shoutout to Elizabeth and Marcus for having me in Germany at the nuclear festival of Omermosen. und sie haben planen für den nächsten Jahr und ich hoffe, ich freue mich auf, dass das nächste Jahr sein wird. Ich hoffe, ich werde noch mehr von diesen Videos machen, nicht mit den BAD-Germanen sein, aber ich hoffe, ich freue mich auf meinen Kanal, Marc Alley Music, meine Facebook-Page und alles, und alles, und alles, was zu vergessen haben, denn ich habe noch ein paar schöne Dinge planned. Bis zum nächsten Mal, Leute.